Eine der besten, aber gleichzeitig am wenigsten genutzten Editing-Funktionen in DaVinci Resolve ist wahrscheinlich die sogenannte Replace-Edit-Funktion. Das ist aber eigentlich so einer der größten Fehler, denn diese Funktion macht das Editen in DaVinci Resolve nochmal um ein Vielfaches einfacher. Und zwar vor allem dann, wenn es um Änderungen geht. Denn dadurch müssen wir nicht unsere bereits zur Musik geschnittenen Clips irgendwie abändern, sondern wir können genau die Clips, die wir austauschen sollen, genau zeitgenau austauschen. In unserem Fall möchten wir gerne diesen Clip hier austauschen gegen diesen Clip hier oben, wo die Frau einmal springt. Und wir möchten auf jeden Fall diesen Sprung hier mit drin haben. Jetzt könnte man natürlich hingehen, einen In- und Out-Punkt setzen, das Ganze hier runterziehen und das hier in der Timeline dementsprechend anpassen. Aber es geht auch noch viel schneller, denn wir hören mal ganz kurz rein. Ich habe nämlich einen gewissen Punkt hier, wo ich gerne diesen Sprung hätte, wo sie quasi ganz in der Luft ist. Und zwar hier. An dem nächsten hohen Ton hätte ich gerne genau diese Pose von der Ballerina. Das jetzt einfach so in die Timeline hier zu ziehen, ist ein bisschen schwierig, denn da muss man wieder viel anpassen. Allerdings haben wir mit ReplaceEdit die Möglichkeit, einmal unseren sogenannten Timeline Playhead zu nutzen und gleichzeitig unseren Source Playhead, also diesen hier einmal zu nutzen. Und mit ausgewählten Timeline Playhead bestimmen wir die Position in unserer Timeline, die wir auch hier in unserem Timeline Viewer sehen, die genau eins zu eins die Position von unserem Source Viewer übernehmen soll. Das heißt, wir matchen somit diesen und diesen Punkt hier in der Timeline, beziehungsweise eben im Source Viewer. Und wenn wir jetzt ReplaceEdit drücken, beziehungsweise ReplaceClip, dann nimmt er diesen Frame und packt ihn uns genau hier in die Timeline. Der Rest vom Clip rechts wird natürlich dann hier landen und der restliche Clip links wird hier landen. Allerdings eben nur bis zu diesem Cutpoint. Wir machen das einfach mal, dann ist es deutlicher. Ihr seht es, wir haben hier einmal unseren Clip jetzt. Aber wir haben nicht nur das, sondern falls euch vielleicht auffällt, ist dieser Clip hier einmal gespiegelt. Und das liegt tatsächlich daran, denn durch ReplaceClip wird wirklich nur der Clip getauscht. Alle Effekte, die wir eventuell beispielsweise hier in unserem Inspektor schon drauf angewendet haben, wie zum Beispiel den Zoom, aber eben auch den Flip, werden übernommen. Genauso wie das Color Grading. Und das ist letztlich der Riesenvorteil bei ReplaceClip, denn wir müssen solche Sachen nicht nochmal anpassen. Auch beispielsweise, wenn wir irgendwelche Speed Changes drin haben, dass die Person beispielsweise rückwärts laufen sollte, auch das wird dann einfach auf diesen Clip angenommen. Aber wir können ReplaceEdit natürlich auch dafür nutzen, um bestimmte Parts in einem Video auszuwählen. Wie beispielsweise jetzt hier in diesem Clip hier, hätte ich gerne einen anderen Teil vom selben Clip. Und dafür drücke ich als erstes mal mit ausgewählten Clip die Taste F für Match Frame. Das heißt, jetzt sind wir in unserem Clip hier drin und können genau das Gleiche machen, wie wir gerade gemacht haben. Und zwar möchte ich gerne diesen Spin hier haben, wo sie noch mehr auf der rechten Seite ist. Und dieser Spin sollte ungefähr zur gleichen Zeit anfangen, eben bloß an einer anderen Stelle. Ich habe jetzt hier quasi einmal in unserer Timeline das Bild gematcht mit genau dem Gleichen, was wir hier in der Source drin haben. Und wenn ich jetzt wieder Replace Clip einmal drücke, haben wir jetzt diesen Teil hier genau zur richtigen Zeit in unserem Edit. Und dadurch kann ReplaceEdit uns einfach deutlich schneller machen im Bearbeiten von allen möglichen verschiedenen Sachen in unserer Timeline. Wenn wir uns hier jetzt nochmal einen anderen Part anschauen, in dem wir gerne diesen Clip hier einmal ersetzt hätten, dann finden wir hier hinten eine sogenannte Transition. Und das Schöne am ReplaceEdit ist, dass wir letztlich damit auch Transitions überspielen können. Das heißt, wir müssen diese Transition nicht nochmal neu auf den Clip ziehen, sondern wir können einfach diesen Clip hier einmal austauschen. Und dafür navigieren wir natürlich in den Clip, mit dem wir das Ganze austauschen möchten. In dem Fall ist es dieser Clip. Und ich hätte gern ihn an dieser Stelle. Drück einmal Replace Edit. Ihr seht es, wir haben auch wieder hier direkt die Größe einmal angepasst, den Grade kopiert. Und zusätzlich ist unsere Transition auch immer noch da. Das heißt, wenn wir das Ganze mal anschauen. Und siehe da, wir haben unseren Shot hier einmal ausgetauscht, inklusive Transition und dem perfekten Reframing, auch in einem 1 zu 1 Format beispielsweise. Das Schöne am ReplaceEdit ist zusätzlich, dass das Ganze nicht nur für Video funktioniert, sondern auch für Audio. Ihr seht es hier, wir haben hier einen Audioschnipsel. Und zwar heißt der Footsteps. Und die machen in dem Fall nicht so viel Sinn, sondern wir haben hier so einen Sound von einer Bassstation und den würde ich gerne an der Stelle haben. Man hört schon ein bisschen die U-Bahn im Hintergrund, allerdings noch nicht so richtig, was auch immer das hier sein soll. Und wir hätten das gerne ausgetauscht gegen unsere Bassstation. Und zwar gerne an diesem Punkt hier natürlich. Sollte möglichst mittig auch in unserer Timeline sein. Jetzt sind diese beiden schon mal richtig aligned. Das heißt einmal hier links drüben unser Sound und einmal unser Sound hier unten. Allerdings, wenn wir jetzt Replace Clip machen, dann tauschen wir hier oben die Audiospur 1 einmal aus. Das wollen wir natürlich nicht machen. Und das liegt daran, dass wir hier mit unserem Viereck die falsche Spur anwählen. Denn in diesem Fall sagen wir DaVinci Resolve, dass er diesen ReplaceEdit auf Audiospur 1 durchführen soll. Wir wollen das Ganze aber eben auf Audiospur 4 haben. Deswegen wählen wir das Ganze hier einmal aus. Und wenn wir jetzt einmal den Replace Edit anwenden, dann haben wir den auch in unserer richtigen vierten Audiospur. Wir hören mal nochmal kurz rein. Und ihr habt das ganz kurz gehört. Wir haben einmal kurz das Quietschen von dem Bus drin. Wir können das natürlich auch länger machen, wenn wir das gerne hätten. Das könnt ihr danach ganz einfach behandeln, wie jeden weiteren Clip auch. Aber auch hier seht ihr, das Schöne an dem Replace Clip ist, dass wir alle Effekte von dieser Audiospur einmal mitnehmen. Ihr seht es hier. Volume war bereits vorher auf minus 12 gesetzt. Und wir haben hier Fade Ins und hier drüben Fade Outs. Was es letztlich uns einfacher macht, einfach kurz diesen Clip auszutauschen mit einem Replace Edit. Denn wir müssen diese ganzen Sachen nicht nochmal letztlich für diesen Clip einstellen. Jetzt wisst ihr, wie der Replace Edit in DaVinci Resolve funktioniert. Und Replace Edit ist für mich persönlich eine der wichtigsten Editing-Funktionen, die es gibt. Denn damit wird man wirklich deutlich schneller. Und je mehr man den in seinen Workflow integriert, desto einfacher und logischer wird das Ganze. Z picking up die Jaguar und technisch zu geben. Vielen Dank.